Mitten im wunderschönen Schwarzwald bei Bernau gibt es den Zauberwald. Um da hinein zu gelangen, muss man diesem Herrn erstmal die Hand schütteln und wir testen den Weg jetzt für euch. Der 2,5 Kilometer lange Weg führt durch die Hochmoorlandschaft des Taubermoos. 15 Spiel-, Erzähl- und Infostationen machen den Pfad zu einem wunderschönen Naturerlebnis für klein und groß. Mir haben es besonders die bemalten Holzkunstwerke der Kids angetan. Es gibt ein Wasserrad, ein Moorbechle und noch viel mehr zu entdecken. Ich liebe ja die Holzstege, die sich durch den verwunschenen Zauberwald schlängeln. Im Wald haben sich 20 Tiere versteckt. Wir haben nicht alle gefunden. Vielleicht schafft es ihr bei eurem Besuch. Und wenn nicht, gibt es immer noch die Möglichkeit zu einer Kletter-Challenge. Wir hatten Spaß bei unserem verzauberten Spaziergang. Danach haben wir uns eine Einkehr gegönnt. Die Hütte ist urig, das Essen ist lecker. Kleiner Tipp, die Lokalität hat noch viel mehr zu bieten. Schaut mal auf der Homepage vorbei. Mein Fazit. Unweit vom Feldberg ist Bernau auf jeden Fall ein Besuch wert. Und der Zauberwald super für Familien geeignet. Die Hütte ist für jede Einkehr zu empfehlen. Die Hütte ist für jede Einkehr zu empfehlen. Ich bin ein Analyban.